Ja, guck ihn dir mal an, guck ihn dir mal an, also viel Füßes ist da nicht zu sehen. Hier links? 43er ist da. Hier Defensive 69, warum hier 69? Ist das ein Grund? Nee. Aha. Was sagst du im Bild? Weil rechts findest du besser? Links? Ich find hier besser, weil hier ein bisschen am Lachen, so ein bisschen. Ja, ein bisschen, der Bart könnte ein bisschen gepflegter sein. So ein bisschen hier so, ja. Ja, so wie auf dem Bild. Ja, genau. So ist der Bart, super. Nee, aber Haare find ich so besser, ehrlicherweise. Oder was fandst du besser? Beides hässlich. Ja, vielleicht mal einen neuen Schnitt, vielleicht geht das dann mit dem Rating nach oben. Ja. So 9mm oder so. Das war's. Weiß ich auch. Nein, alles gut.